Ja, hallo zu den schrägen News der KB49 in 2019. Meine Themen heute sind natürlich das 50-Millionen-Sion-Wunder, Mazda, von dem gibt es vielleicht einen MX-5-Elektro, Diesel soll 70 Cent teurer werden und unsere Weihnachtsspendenaktion in 2019. Vieles unklar, vieles mit Fragezeichen kurz vor Weihnachten hier und wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung. Unsere Weihnachtsspendenaktion. Ja, vielen, vielen Dank, was ihr schon gespendet habt in den letzten sieben Tagen schon 620 Euro. Wahnsinn, vielen Dank. Auch an die großzügigen Spenden, vielen, vielen Dank. Unser Ansatz war ja, wir geben sehr viel Geld aus für Elektroautos, weil die teuer sind und auch für diese ganze Hobbygeschichte und so weiter. Und zu Weihnachten sollten wir auch mal an ganz andere denken, die mich echt ein Problem haben. Deshalb unterstütze ich hier Sahel Life, eine Organisation, die bei mir um die Ecke in Kirchamtek-Nahbern sitzt und die Mitarbeiter dort in Afrika haben, in der Sahelzone im Tschad. Und dieses Projekt unterstützen wir, dieses Mal Milchpulverversorgung neugeborener Waisenkinder. Das ist nämlich ein Problem, wenn die Mütter bei der Geburt sterben, dann wird das meistens das Kind dann von Angehörigen aufgezogen und hat deshalb keine Muttermilch. Und das ist unsere Aktion. Ich habe mal ein paar Bilder noch mitgebracht. Das ist also wirklich eine sehr ländliche, ärmliche Gegend dort. Aber ihr seht schon, das sind die Mitarbeiter dort, die ich auch teilweise persönlich kenne, weil die tatsächlich hier von uns aus der Ecke kommen. Und auch dort ist eine Riesensumme eigentlich zu sammeln oder zu finanzieren. Jetzt hier an Weihnachten können wir da einen Beitrag leisten und die Mitarbeiter und die Organisation sagt auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das, was ihr da spendet. Dankeschön. Ja, das Model Y kommt vielleicht früher als erwartet. Die Deutsche Bank hat da was analysiert. Ja, es kam ja schon in anderen News wahrscheinlich, dass die Zulieferer für das Model Y aufgefordert sind, im Q1 schon, Q1 nächsten Jahres schon eigentlich die Teile bereitzustellen. Daraus hat man jetzt abgeleitet, dass im Q1 2020 vielleicht die Produktion starten könnte. Zumindest von den Fahrzeugen, mit denen dann die Crash-Tests, die ganzen Home-Relegationen und so weiter gemacht wird. Und wir vielleicht eine Chance haben, schon zur Mitte des Jahres, zumindest in Amerika, eine Auslieferung zu bekommen. Und dann auch vielleicht zum vierten Quartal schon in Deutschland. Boah, welch eine Idee. Der Siebensitzer. Kann ich endlich mal in den Kühlschrank transportieren? Mal schauen, was passiert. Ich habe auf jeden Fall einen Referral-Link. Falls ihr irgendwie ein Model 3, ein S oder ein X bestellen wollt, könnt ihr diesen Referral-Link verwenden. Dann kriegt ihr 1500 Kilometer Free Supercharging. Ich auch. Und habe vielleicht die Chance, sogar ein Model Y zu bekommen, wenn ich, wie viel ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, das geht gar nicht mehr, Referrals hätte. Ja, aber, Leute, die Woche Top-Meldung ist natürlich was ganz anderes. Jupp, ihr erinnert euch, lang ist es sehr, würde ich sagen, tatsächlich, ich habe auch hier zum letzten Mal irgendwann Mitte des Jahres geupdatet. Über 100, äh, 100, über 10.000 Reservierungen für den Sion von Sono Motors. Und die Key Features, ihr seht auch hier, ich habe einen auch, ich habe auch einen sogar geordert. Ich bin die Nummer 1775. Ja, ich habe 500 Euro angezahlt, Minimum, was so geht. Und eigentlich, ihr seht es schon hier, war erwartet, in 2019 sollen wir das Auto bekommen. Vielleicht dann 2020. Ja, was sind nochmal die Key Features? Eigentlich diese Solarzellen-Geschichte hier oben drauf und dass das Auto damit in der Lage ist, bis zu, ja, 30, 35, 34 Kilometer im günstigsten Fall über die Sonne nachzuladen. Super Geschichte, also immer in der Sonne parken. Das war das Feature und insgesamt so, trotz des kleinen Akkus, 250 Kilometer Reichweite. 35 Kilowattstunden Akku ist natürlich nicht viel, entspricht aber genau dem, was man täglich normalerweise so fährt. Was fahre ich denn so? Ich fahre 30 hin, 30 zurück, 60, vielleicht 100 Kilometer. Klappt immer damit, ist schon richtig. Geht halt davon aus, dass man täglich auflädt, dann in irgendeiner Form. Ja, coole Aktion damals. Wir waren ja auch immer irgendwie dabei. Ja, Probefahrten hier, das war im September 2017. Das sind, da war ich zum ersten Mal auf einer Probefahrt hier bei Stuttgart. Wir waren später nochmal in Ulm, ein Jahr später in Ulm. Damals auch mit Peter, haben wir auch große Show da gemacht. Da hatten sie nämlich ihre 5000, glaube ich, dann, die man eigentlich haben wollte. 5000 Reservierungen. Ja, und hier über diese ganze Effizienz dann ja schon mal gesprochen. Der Sion ist ein Mehrauto. Damals ist das das Auto, wie man sich das vorstellen kann. Einmal diese Solarzellen-Geschichte, ist natürlich eine super Idee. Dann hat es drin so ein cooles Moos, Brisono, um da den Feinstaub rauszufiltern, sage ich immer. Ja, oder irgend so was. Also ganz coole Geschichte. Und auch bidirektionales Laden. Das Auto ist in der Lage, ein anderes E-Auto aufzuladen. Normalerweise wird ein anderer Sion hingestellt. Ich habe jetzt einen Tesla hingestellt. Und noch Mehrwertfunktionen in Form von, dass man auch über das System schon eine Carsharing-Option mit dabei mitkauft, sozusagen. Das ist alles integriert, was heute manchmal, haben wir schon gesehen, bei einigen Herstellern auch schon als Option zur Verfügung ist. Also sprich, alles über das Handy auch steuerbar. Also auch diese ganzen Ideen vom Carsharing waren da schon integriert. Und Resono, die Reparaturanleitung online im Internet. Und jede Werkstatt kann prinzipiell den Sono reparieren, die Teile bestellen. Einbauanleitungen sind geplant. Oder du selber, wenn du es kannst. Und Teile bestellen oder sowas. Also ganz coole Geschichte. Problem war nur, ja, ihr seht schon 2017, 2018, 2019 war dann irgendwie nicht mehr viel zu hören. 100 Mitarbeiter gibt es da inzwischen. Ich habe auch gehört, noch 300 im Umfeld als Externe. Und irgendwann kam dann das Finale, die finale Version hier raus. So Mitte des Jahres. Sieht jetzt so aus. Sieht schon ein bisschen anders aus als das Ursprüngliche. Ich fand es auch schon ein bisschen zu groß dann inzwischen. Aber es ist natürlich so, ah, ich habe die Anhängerkupplung vergessen, die es eigentlich, glaube ich, da auch noch optional gibt da hinten. Es ist jetzt irgendwie perfektioniert worden, das Ganze. Und immer noch dieser relativ günstige Preis hier. Irgendwie summiert sich das ja auf so 25.000, 26.000 rum. Das wäre natürlich ein cooler Preis. Alles noch vor Förderung übrigens. Und man hat, glaube ich, auch jetzt irgendwie 12.000 oder 15.000 Reservierungen schon. Ich weiß gar nicht. Nee, so viel, glaube ich, nicht. Aber irgendwas dazwischen hat man nicht mehr weitergezählt. Also es war dann ein bisschen flau. Und alle dachten so, ja, irgendwann fängt es jetzt ja mal an. Verzögerung war klar, dass die da ist. Auch mit den verschiedenen Lieferanten oder bei dem der Hersteller, also der eigentliche Produzent. Naja, die Fabrik war dann auch genannt. Und alle dachten, jetzt kommt es irgendwann. Und dann kam was ganz anderes. Nämlich, dass man eigentlich kurz vorm Ende steht. Ein wirklich bemerkenswertes Video hier von den beiden Gründern. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Falls ihr noch gar nicht davon gehört habt, was sie da bewegt hat. Ich fand es dann schon sehr bewegend vom Laurin, dass er sagt, boah, ich sitze da, ich stehe da in irgendeinem Hochhaus, mache da irgendwelche, die x-te Runde rede ich über Investitionen und merke plötzlich, die sind gar nicht an dem Auto, an der Idee interessiert. Die sind nur an dem Profit interessiert. Und eigentlich verkaufen wir hier gerade die Idee. Und wahrscheinlich wird der Sion so gar nicht auf den Markt kommen, wenn ich mich auf das jetzt hier einlasse. Also haben sie das Ganze gestoppt und haben gesagt, nee, wir müssen zurück. Wir müssen zurück zur Community. Wir müssen zurück zu unseren Vorbestellern, zu unseren Leuten, die reserviert haben, die wirklich das Auto haben wollen. und mit denen noch mal reden, ob sie uns die nächste Richtung hier, den nächsten Schritt finanzieren können. Darum geht es hier. Sie brauchen 50 Millionen in 30 Tagen, ja, tatsächlich 50 Millionen Euro, um jetzt die Werkzeuge auszulösen und die Produktion zu starten für die Modelle, die dann für die Homolegation, für die ganzen Tests und so weiter gemacht werden. Das ist noch nicht die Charge, die für die Kunden gemacht wird. Das dauert dann noch mal länger. Ja, da redet man jetzt inzwischen von 2022. Leider. Also, sehr beeindruckend die ganze Geschichte. Ich habe es hier mal heute Morgen oder beziehungsweise am Nikolaus gestern gescannt kurz 5 Millionen sind schon gesammelt. Ein Zehntel, das ist natürlich zu wenig. Es geht jetzt tatsächlich darum, dass Leute komplett praktisch das Geld einzahlen, die 25.000, die wirklich das Auto haben wollen. Das sozusagen vorausfinanzieren. Oder auch eine Spende geben geht auch. Ja, dann kriegt man das Geld natürlich nicht zurück. Hier würde man das Auto kriegen oder man kann auch so eine Investition machen. Könnt ihr euch alles angucken, was für wen auch passen würde. falls ihr den Sion die Idee unterstützen wollt. Das mal so zusammengefasst. Ich habe euch noch mal verlinkt die Videos, auch den Talk, der hier in Stuttgart aufgenommen wurde. Ich war dann leider selber nicht vor Ort. Bereu es ein bisschen inzwischen. Hätte auch dort gern mitdiskutiert. Habt mir das dann aber live angeguckt zu Hause. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Vor allem, weil man auch damit rechnen muss, es kann sein, dass das Ganze nicht funktioniert. Also diese Sache hier wird nur eingelöst. Also wenn du jetzt voll anzahlst dein Auto, voll bezahlt dein Auto oder auch nur teilweise mehr bezahlst, als das, was du bisher da bezahlt hast, kannst du also aufstocken oder komplett bezahlen. Nur wenn diese 50 Millionen Schwelle auch erreicht wird. Das ist mal noch eine gewisse Sicherheit. Alles andere ist natürlich, du steckst das Geld in eine Firma, die vielleicht nicht überlebt. Also da muss jetzt wirklich die Community dahinterstehen, wenn man dieses Auto auf die Straße kriegen will. So wie es jetzt geplant ist. Ja, also da ist eine gewisse Sicherheit noch drin. Es wird dann aber schwieriger, wenn man über das hinauskommt. Sprich, die 50 Millionen sind dann da und dann geht es weiter. Was sind das für Größenordnungen überhaupt? Es gibt dann nochmal auf der Seite einen schönen Plan. Den habe ich mir auch angeguckt. Wir haben also hier vorne einen Teil. Wir haben dann den Teil hier, wo die 50 Millionen greifen und haben nochmal einen hinteren Teil. Und man muss fairerweise sagen, dass natürlich vorne schon Geld ausgegeben wurde. Irgendwie was von 25 Millionen war hier die Rede. Auch von dem Ganzen, was natürlich über diese Kampagnen, die vorher liefen, schon eingenommen wurde. Von der Indiegogo und den ganzen anderen Geschichten noch. Ja, die Mitarbeiter müssen natürlich auch bezahlt werden und so. Und jetzt steht man hier an dem Step, dass man hier was wirklich nochmal in Werkzeuge investieren muss. Das ist die 50 Millionen. Und dann werden aber hier hinten für die eigentliche Produktion nochmal im Bereich von 255 Millionen gebraucht. Wo mir auch noch nicht ganz klar ist, wie man das dann finanziert. Im Moment geht es darum, mal diese Lücke hier überhaupt zu schließen, um weitermachen zu können. Deshalb ist natürlich ein gewisses Risiko, auch nachdem tatsächlich die 50 Millionen vielleicht zusammen sind, wie das dann da hinten weitergeht. Deshalb der Zeitplan ist hier jetzt doch mal vielleicht ein bisschen realistischer aufgestellt, sodass man erst in 2022 irgendwas von dem Sion auf der Straße, sprich bei den ersten Bestellern sehen wird. In dazwischen gibt es sicher nochmal Prototypen, die auch mit denen man Probe fahren kann und so weiter und so fort. Aber es wird dann doch alles wesentlich später. Ja, muss man ganz klar wissen und deshalb auch ein gewisses Risiko. Ich empfehle euch also deshalb in jedem Fall, wenn ihr zu der Aktion steht und wenn ihr das Auto haben wollt oder die Firma unterstützen wollt, dann könnt ihr euch da jetzt beteiligen. Ich würde mich nur mit Geld beteiligen, was ich nicht unbedingt brauche, weil das Risiko besteht durchaus, dass man es nicht zurückkriegt. Das muss euch klar sein. Deshalb eine Warnung, wie bei Aktienkäufen, setzt da nur Geld ein, was ihr wirklich auch, wo ihr auch darauf verzichten könntet. Und dann, wenn man dann vielleicht auch mehr Leute als nur 10.000 Komplettvorbesteller hat, sondern 20.000 oder 50.000 Leute, wo immer die herkommen sollen, wird das auch funktionieren, natürlich mit kleineren Beträgen. Aber wir als Community müssten jetzt dazu stehen, ihr, die euch dafür interessiert, für entweder das Auto selber oder nur für diese Idee. Ja, das ist mal mein Statement dazu. Ich stehe also dem durchaus positiv gegenüber. Ich werde wahrscheinlich meinen Beitrag auch etwas aufstocken, sicher nicht bis zum Kompletten. Ich beteilige mich gern bei irgendwelchen Aktionen, ziehe mich dann aber auch gern wieder zurück, wenn es dann darum geht, weil meistens ich ja doch nicht das Auto kaufe, seht ihr ja selber. Ich habe allerdings für die Firma, für die beiden Gründer oder die, die dort verantwortlich sind, durchaus noch ein paar Tipps, weil ich auch merke, ups, ihr macht das ja gar nicht anders als die anderen Autohersteller. Sagt ihr auch immer, es ist leider sehr komplex, so ein Auto herzustellen. Deshalb ein paar Tipps an euch. Guckt, dass ihr möglichst schnell jetzt die Prototypen herbringt mit dem neuen Design für die Testfahrten. Das wurde eh schon bestätigt. Und dann guckt aber auch, dass ihr möglichst schnell, und zwar deutlich früher als 2022, Kundenfahrzeuge auslöbert. Die müssen ja nicht perfekt sein. Aber wenn die Dinger auf der Straße sind und dadurch eine Multiplikation kommt, könnt ihr auch den Rest da hinten finanzieren. Ihr müsst die natürlich richtig zugelassen sein hier in Deutschland. Das auf jeden Fall. Ich plädiere auch wahnsinnig nochmal dazu, der Akku muss unbedingt erweiterbar sein. Der ist definitiv zu klein. Es muss ja nicht sofort sein. Aber in eurem Baukasten sollte das vorgesehen sein, dass man den erweitern kann. Also, Frage, kann euer Design das? Ja, ihr müsst das ja nicht ausliefern, aber seht das wenigstens mal konstruktiv vor. Dann unbedingt mal die Website und das Design vom Auto irgendwie ändern und bunter machen. Also, so ein tristes Schwarz, da ist ja klar, dass da so eine Stimmung bei euch aufkommt. Sorry, aber das ist mir echt aufgefallen. Das Auto ist jetzt schon so duscher-designed. Da ist es auch ganz schwierig, ja übrigens irgendwelche Werbung drauf zu bringen. Da muss man auch nochmal drüber nachdenken, wie man da eine Werbung drauf kriegt, obwohl ja da die Solarzellen überall sind. Wenn ihr dafür eine Idee habt, halbdurchscheinende, transparente Folie oder irgend so was oder vielleicht doch nochmal ein paar poppigere Farben. Also, das Weiß war ja gar nicht schlecht, trotz der schwarzen Solarzellen dann da drauf. Das wäre nochmal cool. Also, auf jeden Fall, das Design auf der Webseite muss echt bunter und fröhlicher werden. Ja, und dann eigentlich meine Idee, die Key Features ausliefern, sprich Solarzellen laden, vielleicht auch das bidirektionale laden, aber dann auch mal ziemlich schnell aufhören und die Nice-to-have-Sachen erstmal weglassen. Deshalb, das ist auch meine Idee, wie ihr zu früheren Kundenfahrzeugen kommt. Mal irgendwas weglassen, was man vielleicht am Anfang nicht braucht. Das ist dummerweise das tolle Infotainment. Ja, haben wir noch nie was von gesehen. Das ist dummerweise auch vielleicht bidirektionale Laden sogar. Das ist vielleicht auch die Anhängerkupplung. Optional sollte sie aber gehen. Das ist vielleicht aber auch das Moos. Das ist vielleicht aber auch die ganzen Apps da mit den Carsharing und so weiter. Das muss am Anfang alles gar nicht sein. Also, macht lieber so einen Plan, dass man es eventuell nachrüsten kann. Das wäre natürlich obercool. Oder aber, dass die Leute eh zufrieden sind, wenn sie am Anfang das nicht haben und mal das Auto überhaupt haben. Also, Key Feature von dem Auto ist, es fährt, es kann über die Sonne laden. Wäre für mich mal schon Minimum. Und das mögliche schnell und zwar irgendwie hier spätestens meiner Meinung nach in 2021 irgendwie. Denkt da mal drüber nach. Endlich mal jemand, der was anderes sagt, würde ich mal jetzt sagen. Alle anderen haben nur so Pro Contra oder Warnungen oder irgendwas. Das ist jetzt mal ein konstruktiver Vorschlag. Weil das machen die etablierten Hersteller nämlich nicht. Die machen Big Bang. Das ist nämlich wieder Big Bang, was ihr da auch macht. Fertige Auto, da ausliefern. Macht irgendwas dazwischen. Das ist nämlich die moderne Vorgehensweise. Es gibt übrigens auch eine schöne Folge von Clean Electric. Philipp Helbig, du bist doch eigentlich in dem agilen Teil auch unterwegs. Du hättest den Kollegen doch auch mal was vorschlagen können, wie man vielleicht so etwas anders machen könnte. Also, ich würde sagen, ich bin halt in dem Teil auch unterwegs, so in meiner Firma. Man muss heutzutage, wenn man schneller an den Markt will, irgendwas weglassen. Das macht Tesla nämlich die ganze Zeit. Key Features ausliefern, das andere nachrüsten. Denkt darüber nach, ob ihr das irgendeiner Weise hinkriegt und dann ist das Auto vielleicht doch noch früher auf der Straße, als wir denken. Wäre schön. Und vielleicht sich auch mal ein bisschen darauf reduzieren, dass man nicht 200.000 davon bauen will, vielleicht doch plus 50.000. Okay, aber ich habe keine Ahnung von Autos bauen, muss ich euch ehrlich sagen. Das sind alles nur ins Leere gesprochene Ideen. Gut, gucken wir mal, was der Tech-Boote denn so sagt. Ja, Daimler streicht auf jeden Fall 10.000 Stellen. Mittleres Management, die sind auch am Umbauen. So war die Idee. Vielleicht doch andere Stellen kommt mir irgendwie hoch doch etwas höher vor. Mal hier eine Aufteilung, die haben fast 300.000 Mitarbeiter, so insgesamt. Da sind 10.000 Stellen natürlich nicht so arg viel. Das muss man auch immer sehen. Klar, den, den es nachher trifft, für den ist es nicht toll. Ansonsten ist weitere Eintrübung leider erwartet hier. Konjunkturmäßig geht nichts bis spätestens 2022. Okay. Ansonsten ist aber so, dass doch einige Firmen jetzt so langsam noch Investitionen tätigen. Ist auch bei uns oft so, die Idee in der Krise, mal überlegen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, auch in ein paar Sachen investieren und sich vorbereiten auf das, was nach der Krise kommt, nämlich gestärkt aus der Krise hervorgehen. Wäre doch eine Idee, ne? Der Ferdinand Dudenhöfer meint auf jeden Fall, ja, Stellenabbau in der Automobilindustrie wird wahrscheinlich noch weitergehen, massiver Jobverlust. Ich sehe das nicht so, mein, der Dudenhöfer sieht das immer so ein bisschen einseitig. Ich sehe es so, dass wir andere Experten brauchen. Entweder schult man die Leute um, die man da hat, oder man entlässt sie und stellt andere ein, ja. Also es ist nicht so, dass man gar keine Leute mehr braucht und dass da auch nicht ein Zuwachs irgendwie ist. Leider braucht man deutlich weniger. Das ist schon richtig. Also Hildegard Müller wird auf jeden Fall jetzt hier VDA-Präsidentin. Wer auch immer Hildegard Müller ist, habt sie euch mal reingeklebt, falls ihr sie da irgendwo seht. Seht mal, frühere Strommanagerin, okay. Passt vielleicht. Vielleicht ist das die Frau, die auch den VDA so ein bisschen aus diesem Kontrahaltung zu der E-Mobilität rauszieht. Ah, hier, BER, der Flughafen in Berlin soll auf jeden Fall im Oktober 2020 jetzt eröffnet werden, damit deutlich vor der Gigafactory in Brandenburg, nämlich ein Jahr früher. Schauen wir mal, ob das passt. Ja, Toyota lässt nicht bleiben mit dem Wasserstoffantrieb. Es gibt einen neuen Mirai, der dann auch hier irgendwann kommt, die zweite Generation. Und in Japan, Nordamerika und Europa sollte die dann auch kommen. Ja, so langsam bin ich doch nochmal angehalten, mich nach Wasserstoff umzusehen. Ich bin ja der Einzige, der Wasserstoff hier ordentlich getestet hat bisher. Einige Kollegen haben sich jetzt auch mal ein paar Wasserstoffautos kommen lassen. Aber ich bin ja damit wirklich vor einem Jahr schon rumgefahren, habe hier tatsächlich das getestet. Na, viele haben mich dazu natürlich nicht gelobt, das gebe ich zu. Aber ich bin ja hier für Future-Themen, also muss ich alles in irgendeiner Form ausprobieren. Ich bin für Praxis ausprobieren. Und natürlich keinen objektiven Test, sondern subjektiv nach meiner Meinung. Ja, Statement. Das EU-Parlament hat den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Das hat vermutlich keine Auswirkungen auf uns. Ich habe es auch so gar nicht mitgekriegt, nur zufällig hier gelesen. Das deutsche Paket, vor allem mit der CO2-Senkung oder Besteuerung, wird sich hier leider verzögern. Da gibt es noch Ungereimtheiten. Eigentlich will man es verschärfen. Ja, weil selbst Industrievertreter haben jetzt gesagt, wenn es so günstig ist, sich aus dem CO2-Emission rauszukaufen, dann mach mal lieber es rauskaufen. Und ich sage immer, ey Leute, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Müsst ihr ja Bäume anpflanzen eigentlich und nicht in irgendwas anderes stecken, weil sonst bringt der Sache ja nichts. Ja, das ist wo die Hauptgeschichte und generell, dass es eigentlich ein Start ist, aber doch deutlich zu wenig. Mal schauen, was die Nachverhandlungen durchaus über die Länder so kommt. Ah, Greta Thunberg hat es übrigens geschafft. Die ist jetzt am Dienstag der Woche in Lissabon angekommen, weil die Klimakonferenz hier läuft ja dann schon in Madrid. Am Freitag wollte sie bei der Fridays for Future Demo in Madrid dabei sein. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann da nochmal spricht. Ich hoffe doch, weil hier sind nur wieder Absichtserklärungen gerade zu hören vom Klimagipfel. Ich habe aber noch nichts davon gesehen. Jetzt so live. Mal schauen, ob wir dann nächste Woche noch was dazu haben. Ansonsten gibt es hier ein Plädoyer für Windkraft. Fünf Bundesländer aus dem Norden wollen den Bund zum Handeln auf. Ja, Windkraft funktioniert scheinbar im Moment nur in Küstennähe oder auf dem Wasser. Hier, wir hier unten in Baden-Württemberg und auch Bayern haben wir jetzt so seltsame Verordnungen da erlassen, Abstände und so weiter, sodass die Windkraft eigentlich eher verhindert wird, als gefördert wird. Schade, schade. Natürlich sieht das nicht toll aus. Das sage ich auch immer, sie müssen schon an Stellen installiert werden, wo sie nichts stören. Wo sind die? Ja, weiß ich nicht. Ich finde es immer so witzig, wenn du in Bayern, Franken und dann auch so rüber in die neuen Bundesländer fährst und dann immer auf der Autobahn so wie so ein hypnotisches Windrad da so vor dir da hast. Das geht auch nicht, Leute. Ja, die Fahrverbotszonen, jetzt hier mal Berlin zum Beispiel, sagt man, wären völlig sinnlos, ohne Wert, weil nämlich nicht kontrolliert wird, in Berlin zumindest nicht, hier in Stuttgart wurde ja mal kontrolliert. Es wurde aber, glaube ich, niemand verknackt, nur verwarnt. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Weiß ich nicht, was man da machen soll. Also Konstanz hat ja auch diesen Notstand, diesen Klimanotstand ausgerufen. Das haben, glaube ich, inzwischen viele Städte. Ist wohl nichts Besonderes mehr, aber sie kamen dann natürlich hier mit ihrem großen Seenachtsfest, Feuerwerksgeschichte da. Bisschen ins Gerede, weil die soll jetzt doch stattfinden, zumindest im Jahreswechsel 2019 auf 2020 wird das nochmal stattfinden und auch eigentlich so, dass die Stadt das, glaube ich, organisiert und von Privat sollte man sie eher zurückhalten. Ist ja auch eine Idee. Und dann für nächstes Jahr soll die Firma Full Moon, Full Moon, Vollmond, okay, soll dann ein neues Konzept erarbeiten und da sind so Lichtshows gedacht, auch mit LED und was nicht alles. Mal schauen, ob es irgendwie klimaneutral geht. Ist ja mal interessant, das mal anders, aber sowas hier muss man halt dummerweise irgendwas in die Luft schießen, was dann wahnsinnigen Feinstaub verursacht oder ich weiß auch nicht. Ja, witzig, witzig. Was macht denn hier unser Energieversorger ENBW? Ja, der macht was. 7. 12. Das ist der Freitag gewesen. Ne, das ist morgen, das ist der Samstag, das ist heute. Ist scheinbar Weihnachtsgeschenke an die ENBW-Mitarbeiter, da werden nämlich die ganzen Leasingautos wohl ausgeliefert. Die haben nämlich doch einen Haufen E-Golfs gekauft, die alten E-Golfs natürlich, die wollten nicht auf einen ID.3 warten, den haben sie und sie haben auch IDs hier. BMW ID.3, ja, IDs sage ich schon I3, das komme ich schon ganz durcheinander mit den Bezeichnungen, also BMW ID.3, auch alt in Anführungszeichen, gibt ja keine neuen davon und den E-Golfs hier. Ja, coole Sache auf jeden Fall, wahnsinnig viele hier in der Flotte, wenn ihr also mal hier im Stuttgarter Raum rumfahrt und EMBW seht, kann es sein, dass ihr die seht hier. Ich fand es auch immer ein bisschen peinlich, wenn sie in ihren Videos die Teslas hatten, jetzt haben sie wenigstens wieder die deutschen Hersteller. Jo, meine Firma weiterhin sehr, sehr schwierig unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwas komme, ich war noch mal in Verhandlungen, Verhandlungen, Gesprächen, nur nicht in Verhandlungen. Ja, bin leider jetzt doch wieder darauf, dass ich wenigstens bis Mitte des Jahres wohl auch weiterhin mit meiner Strategie hier fahren muss, verschiedene E-Autos auszuprobieren und sie eigentlich zu leihen, zu mieten und nicht einen teuren Leasingvertrag auf vier Jahren mit einem alten Auto zu machen. Ja, ich hoffe, Mitte des Jahres ändert sich das auch bei uns mal, dass dann nämlich, wenn der ID.3 rauskommt und auch andere, die angekündigt sind zum Ende des Jahres, sich Bewegung darbringt bei vielen Firmen, die noch nicht so flexible Leasingverträge haben. Ja, es gibt auch Vorreiter im Bereich Autonomes Fahren. Ich hatte Bad Wimpfen ja schon mal genannt. Witzig war nur, das ist so ein kleiner Dinger hier, der da fährt, die gibt es auch oft auf den Messen zu sehen. Witzig ist nur, dass das scheinbar nur Mitarbeiter von Lidl fahren dürfen. Das verstehe ich jetzt nicht genau, was da passiert ist. wo die auch von wo nach wo die da auch fahren, aber okay. Deshalb ist das auch schräg. Das ist nämlich eine schräge News. Ja, es wird immer wieder gesagt, hier, man kann die E-Autos, wenn sie brennen, nicht löschen. Ja, gab es ja noch diesen Vorfall da in Bovalas in Österreich oder in der Schweiz. Das ist falsch. Hier, die Feuerwehrverband sagt, wir werden jetzt inzwischen gut vorbereitet und wissen, wie man die löschen müssen. Ja, im Zweifel muss man sich tatsächlich unter Wasser setzen und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Das ist total richtig. Aber die Feuerwehr muss sich darauf einstellen. Das heißt ja nicht, dass es keine E-Autos geben kann, nur weil man nicht weiß, wie man sie löschen soll. Am Anfang war wahrscheinlich auch schwierig, ein Verbrennerfahrzeug zu löschen, wenn man immer noch das hochexplosive Benzin da im Tank hat oder gar ein Wasserstofffahrzeug oder auch ein anderes Gasfahrzeug. Das war doch am Anfang auch nicht einfach für die Feuerwehrleute, sowas zu löschen. Das ist immer eine gewisse Gefahr. Hier bei E-Autos gibt es halt eine andere Gefahr und der Feuerwehrverband sieht sich auf jeden Fall jetzt gut vorbereiteten, hat das im Griff. Also warum immer die blöden Diskussionen? Mallorca Verband Maßplastik, sehr gut. Da haben wir Flutfallverpackungen scheinbar am Strand rumliegen. Okay, ist so mal eine Aktion. Das ist jetzt auch, ich habe so einen Eindruck, mal so eine Maßnahme. Ach ja, hier unten, der Elektri.net, ich kriege das immer täglich zugeschickt. Der Taycan erfüllt jetzt auch die 5 Sterne im Crash. War ja bisher nur für die Tesla so vorbehalten, Model X und so weiter. Ist aber Model X aber weiterhin hier Standout Performer. Habe ich so so Maximalpunktzahl sozusagen. Ich glaube 100 ist Maximum. Weiß nicht genau, wo der Taycan ist. Übrigens gab es ein schönes Video, wo das dann auch dokumentiert ist. Könnt ihr euch auch mal angucken. Gab es auch noch ein paar was anderes. Das ist aber jetzt schon vorausschau fast. Ja, Google macht was mit ihren Maps. Die wollen die Übersetzungsfunktion reinbauen, falls man sich im Ausland befindet, um dort dann besser sich verständigen zu können. Coole Idee. Ich habe ja Google Maps in Chile benutzt. Apple Maps haben ja versagt. Im CarPlay habe ich aber mit Google Maps das benutzen können, fahren können. War richtig cool. Und wenn das jetzt natürlich noch ein bisschen besser übersetzt wird, was dann da angezeigt wird, wäre natürlich noch besser. Oder ich kann da sogar reinsprechen und kann dann mit dem Autoverkäufer, dem Autovermieter diskutieren. Noch cooler. Ja, mal schauen, was sie da reinbauen. Also, wir haben ja immer gesagt, wir sind hier gar nicht betroffen. Bei uns gibt es keine Überschwemmungen und so weiter und so fort. Hier ist zwar, sagen wir mal, haben wir Kältewellen da irgendwo in Österreich oder der Schweiz oder Norwegen. Aber bei uns ist eigentlich nichts los. Und hier, Venedig ist unter Wasser. Nee, stimmt nicht. Also auch wir haben scheinbar dieses Jahr durchaus stärkere Extremwetter. Wir sind da also auch betroffen. Wundert mich jetzt. Hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Also mit Hitzewellen, Dürren und Stürmen und Überflutungen. Ja, Japan und die Philippinen liegen noch viel weiter vorne, aber Deutschland ist da auch schon gelistet. Also der Klimawandel macht sich bei uns auch bemerkbar, weil ich sage ja, wenn es bei uns noch stärker kommt, wird man auch endlich aufwachen. So sind wir noch nicht so richtig betroffen. Also ich fühlte mich dieses Jahr nicht betroffen. Letztes Jahr hatte ich eher so das Gefühl, mit der Hitzewelle dieses Jahr eigentlich noch nicht. Sag ich und denn übermorgen schneit es plötzlich und wir sind eingeschneit oder so. Mal schauen. Flixbus. Oh je, Flixbus. Ja, die haben ihren einzigen Elektrofernbus von Mannheim nach Frankfurt eingestellt. Wegen wiederholter technischer Probleme. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was sie da für ein Fahrzeug eingesetzt haben, aber scheinbar war das noch nicht ausgereift. Also so im Praxis Dauerbetrieb, das was ich ja auch immer ausprobiere, ist das womit Bussen tatsächlich noch ein Problem. Ja, die werden da also irgendwie das anders jetzt machen. Schade. Flixbus ist ja der einzige Hersteller, sage ich, ne, Herstelleranbieter, der solche Projekte da auch hat. Nee, stimmt nicht. Es gibt noch andere, aber nicht in diesem Umfang, also mit solchen Fernreisebussen. Echt schade, dass das jetzt eingestellt wird. Vielleicht nehmen sie es wieder auf, wenn es einen neuen geeigneten Hersteller gibt, schreiben sie hier auch. Ja, die Autobauer drosseln an sich mal jetzt so ein bisschen die Produktion. Wir haben so irgendwie so 5% weniger auf jeden Fall als bei 2022, 2018. Das ist nicht viel, aber immerhin, die Werke sind teilweise nicht ausgelastet. Man braucht nicht mehr so viele Schichten fahren und so. Läuft im Moment ein bisschen runter, liegt aber nicht hier an Europa oder Deutschland, sondern eher an Märkten in China und USA. Handelskrieg, gut, China weiß ich nicht, das wäre ja eigentlich schon noch ein Markt. Ist alles ein bisschen vorsichtiger, gerade unterwegs. Weltweite Rezession kann man das schon fast nennen. Ansonsten haben wir hier auch weniger zugelassene E-Pkw's. 4.651 im November. Ja, das sind ein paar weniger als im Oktober. Und gegenüber dem Vorjahresmonat ein kleines Plus von 9,1. Das würde ich nicht klein nennen, weil hier sind 5, also dann sind es fast 10% schon eine Marge. Es geht auf jeden Fall voran. Also das muss man schon sehen, aber langsam. Auf der anderen Seite habe ich jetzt interessant die Meldung, deshalb euch reingeklebt, dass die Batteriepreise, man hat da so, also pro Kilowattstunden ist der Batteriepreis im Moment bei 156 Dollar scheinbar. Pro Kilowattstunde. Der lag vorher schon noch wesentlich höher und ist jetzt tatsächlich gesunken. Und es wird vorausgesagt, dass man bis 2024 auf 100 Dollar, das ist immer so ein Break-Even-Point da von sowas, kommen wird. Und das wäre natürlich cool. Das hatte ja Sono Motors eigentlich auch gedacht. Deshalb dachten sie, wenn die Batterie günstiger wird, könnte man auch eine größere reinbauen. Ne, sie wollten keine größere reinbauen. Könnte man das Auto günstiger anbieten? Das hat nicht ganz geklappt. Obwohl, wenn ich die Zahlen jetzt so sehe, müsste das ja schon irgendwie klappen. Man müsste da mal nachfragen, ob bei euch die Batteriepreise jetzt auch sinken. Ich sehe es eher so, dass man zukünftig dann doch mehr Reichweiten kriegt. Ich merke jetzt schon, jetzt sind die ersten Autos kommen ja, die irgendwie deutlich über 500 Kilometer Reichweite anbieten. 600, das ist ja dann wirklich Verbrennerniveau. Und wenn dann hier die Preise da runtergehen auf die Kilowattstunde, wäre natürlich cool. Deshalb Leute, baut das variabel. Also nicht nur bei Sion, Sono Motors, sondern generell, generell diese Batteriegeschichte variabel bauen. Hat ja Tesla schon immer gemacht, dass man das austauschen kann und einfach mehr reinbauen kann, sobald es preislich möglich ist oder technologisch. Yes. Es fehlen uns ein paar Automarken auf unserer Liste. Eine davon ist nämlich immer Mazda. Mazda hat sich noch sehr, sehr zurückgehalten, was sie dann für ein Elektroauto bauen wollen. Und jetzt erste Gerüchte, dass sie einen MX-5, den Miata auch genannt, irgendwie als Elektro rausbringen wollen. Der Name ist mir jetzt gar nicht geläufig. Mein Vater hatte als letztes Auto tatsächlich einen MX-5 besessen. Habe ich leider nicht geerbt. Wir haben ihn dann gleich verkauft. Schade, ich habe dann später immer gedacht, hätte ich beim Murschel umbauen müssen. Also der Neueste, die aktuelle Version sieht sogar so aus, ist natürlich viel cooler. Also irgendwie hat man da die Idee, weil der sich sehr gut verkauft. Ich weiß auch, dass man sich sehr gut verkauft. War auch immer eigentlich ein günstiges Cabrio immer. Also wenn die das Ding als Elektro rausbringen, dann brauchen wir keinen Roadster mehr. Ja, es gibt ja so gewisse Sachen, die gibt es nicht als Elektroauto. Das sind Kombis und das sind Cabrios. Ja, es gab ja den Roadster eigentlich von Tesla und den i8 so als Idee. Der war ja nicht richtig elektrisch. Aber das hier wäre natürlich wirklich mal noch eine neue Idee. Ein Pfandfahrzeug wieder. Das ist ja fast ein Pfandfahrzeug. Ja, Pfandfahrzeuge habe ich da hinten noch liegen. Das gibt es hier bei mir um die Ecke auch nur im Sommer. Aber so ein Cabrio elektrisch und dann noch so ein cooles Cabrio elektrisch, das wäre es doch. Oder ein RX-7. Ja, hier unten. Ich wollte immer einen RX-7 mal haben. Leider, dann hatte ich Familie und dann ging kein RX-7 mehr. Zwei von meinen Kumpels hatten einen RX-7 Wankelmotor. Den neu auflegen, elektrisch wäre auch was. Aber das wäre auch eine coole Idee. Was meint ihr? Ja, muss natürlich günstig sein. Jo, was ganz anderes. Zukunftsthemen. Wir sind wieder mal im PISA-Test durchgefallen. Wir sind da totales Mittelmaß. Guckt mal, hier sind wir. Ja, da unten kommt dann noch Frankreich und Österreich und Katar und die Philippinen. Ja, das ist genau Gegenläufe übrigens. Und hier oben, was ist denn das? Das ist hier drüben steht, das ist Peking, Shanghai, Xinsu und sonst was. Also China. Ja, die sind ganz oben. Wahnsinn. In Mathe und Naturwissenschaften. Ey, so geht das nicht. So geht das echt nicht. Ne, so geht das gar nicht. USA übrigens haben keine Ahnung von Mathe. Merke ich gerade hier. Sonsten sind die immerhin noch ein bisschen vor uns. Na gut. Das geht gar nicht. Eigentlich sind sie nicht richtig vor uns. Guckt mal, nur hier in der Lesekompetenz und allem anderen eigentlich nicht. Na, das freut mich jetzt. Aber ansonsten sind wir ja immer noch Mittelfeld hier. Ja, wo sind wir eigentlich noch spitze? Nirgends wo mehr. Ja, die Post will jetzt auch am Montag keine Briefe mehr ausstellen. Das geht auch nicht. Ne, das ist alles elektronisch. Die müssen jetzt irgendwann mal zurückrudern. Das geht halt nicht mehr. Am Samstag wird ja auch noch ausgeliefert. Müsst ihr ja wissen. Also nur der Sonntag wird ja nicht ausgeliefert. Also warum sie dann den Montag jetzt weglassen wollen, weiß ich nicht. Dann können sie erst mal den Samstag weglassen. Hätten sie keine Samstagsarbeit mehr. Da muss irgendwie ein Gesetzentwurf jetzt durch. Vermutlich 2020, Anfang 2020. Da wird das wahrscheinlich dann vorgeschrieben. Das ist also keine freiwillige Entscheidung. Das wird dann irgendwie vorgeschrieben, wenn es nicht mehr wettbewerbsfähig ist die Sache. Ende des Briefes in Sicht. Ob die Päckchen davon auch betroffen sind, weiß ich nicht. Hier geht es immer nur um Briefe. Ja, die Formel E hat jetzt übrigens mal einen aktuellen offiziellen Status, dass sie eine Weltmeisterschaft austragen dürfen. Ja, die gibt es schon seit 2014, aber jetzt, Saison 2021, haben sie dann eine offizielle Formel E Weltmeisterschaft. Ja. Telekom hat Probleme mit Huawei, die sagen, wir unterschreiben keine Verträge für 5G, solange nicht klar ist, was mit dem Huawei-Konzern hier passiert, weil sie würden oder müssten oder dürften dann ja irgendwas da reinbauen, wollen es aber glaube ich nicht. Die sind eher dagegen, dass sie was von Huawei einbauen oder dass die zugelassen werden. Ärger bei 5G. Daimler setzt mal hier auf Fahrdienst jetzt, in China zumindest mal. Alle großen, also Daimler, Mercedes, BMW und VW haben ja sich schon so Carsharing- Geschichten an Land gezogen oder Fahrdienste und die haben ja hier diesen Geely und machen mit dem StarRides. StarRides. Okay, cooler Name. Und zwar ist das eher so mal die obere Klasse jetzt in China. Also in China ist es gerade so, dass man da eher so die Oberklassen verkaufen will oder vermieten will. Interessant. Ich hatte neulich jemanden von BMW da zu einem Vortrag und der hat auch tatsächlich gesagt, BMW entwickelt sich weg von einem reinen Automobilentwickler, Hersteller hin zu einem Mobilitätsanbieter. Der hat dasselbe gesagt. Interessant. Sehen aber viele reine Mechaniker, sagen wir mal so, nicht so. Ja, wir haben etwas mehr Neuzulassungen in der Autobranche. Zehn Prozent mehr. Und das ist aber nur im Vergleich zum Vorjahr. Und im Vorjahr hatten wir das WLTP-Problem. Ansonsten ist das nicht so ein arger Zuwachs hier. Ja, teilweise widersprechen sich die Sachen jetzt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber okay. Gut, WLTP wissen wir. Und die haben ja immer noch teilweise Angaben. Neulich habe ich es ja auf der IAA gesehen. Und neulich auch wieder im Konfigurator von Mercedes, dass da immer noch NEFZ-Angaben waren. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, VW wird deshalb immer noch verfolgt vom Dieselskandal. In Großbritannien diesmal. Da gibt es scheinbar auch 90.000 Autobesitzer, die jetzt eine Entschädigung fordern. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Großbritannien ist. Dürfte nicht stark abweichend sein. Ist ja noch EU zu uns. Da sind aber scheinbar auch 1,2 Millionen Fahrzeuge betroffen und scheinbar noch niemand entschädigt. Also VW, es ist schön, was ihr da macht mit den IDs und immer wieder neue, den Kotz habt ihr jetzt ja auch vorgestellt und den Witzen. Ja, die Namen sind schon cool. Aber ihr werdet keinen Gewinn machen damit. Ihr müsst jetzt erstmal diese Dieselgeschichte echt abschließen und aufhören, die Diesel auch zu produzieren oder irgendwas zu machen. Sonst glaubt euch das keiner mit Elektro. Ja, VW. Gut, das Umweltbundesamt, also Umweltbundesamt, das ist schon was Offizielles. Die sagen jetzt, ey, wenn wir da jetzt irgendwie wirklich was reißen wollen, dann reichen die beschlossenen Maßnahmen nicht aus, Klimaziele zu erreichen. Und zum Beispiel eine Sache ist jetzt mal das mit dem Diesel. Die sagen, der Diesel, Liter Diesel muss eigentlich 70 Cent mehr kosten. Die sagen aber auch, ich habe euch das hier hingeklebt, das Benzin müsste auch 47 Cent mehr kosten, um das irgendwie mal überhaupt hier ans Laufen zu kriegen. Und Tempo 120. Ja. Und damit sind sie, ich habe es extra unterstrichen, deckungsgleich mit vielen Umweltverbänden, was die auch fordern oder was ich auch hier mal hier sage, ich bin ja eigentlich auch ein Verfechter von Tempo 120 und von Diesel-Subvention weg. Ich weiß nicht, wie viel die Diesel- Subvention genau ist, mir hört das sich sogar nach einem höheren Betrag an und auch beim Benzin gibt es ja eigentlich gar keine, also die wollen eigentlich das generell, dass die Kraftstoffe teurer werden. Jetzt ist es tatsächlich an der Regierung oder, ich sage jetzt auch immer so vorausschauend, an der nächsten Regierung das irgendwie mal in die Wege zu leiten. Nee, das ist eine Verabschiedung von der schwarzen Null, Leute. Wir werden etwas zahlen. Wir hier, wir, Endanwender natürlich, werden etwas zahlen. Das ist einfach jetzt so, wenn wir da irgendwie diese Klimaziele oder wir ist mal ein Teil davon irgendwie erreichen wollen, müssen wir in Deutschland von vielen Sachen Abschied nehmen und zum eines davon ist diese keine Schulden machen, obwohl ich es gar nicht verstehe. Im Moment ist ja, die Kredite sind ja so günstig, jetzt kann man auch viel Schulden machen. Ja, Uber macht jetzt auf jeden Fall einen Premium-Dienst, schon wieder Premium, mit teuren Autos in Berlin. Wahrscheinlich auch mit Mercedes und Porsche und so weiter. Und hier ist das, das Porsche, sag ich schon, das Tesla-Teil. Kaufvertrag für das Gelände da in Brandenburg soll wohl noch bis zum Jahresende stehen. Ich dachte, die hätten das schon. Und dann ist wirklich die Frage, da muss auf jeden Fall eine Sondersitzung vielleicht noch stattfinden dazu, ob man dann die zwei Jahre halten kann. Bin mal gespannt, wie dann der Plan ist von Tesla. Cool. Ja, hier nochmal ein zweites Busprojekt gefloppt in Nürtingen. Das war auch ein kleiner Bus. Ich habe nicht genau rausgekriegt, was das für eine Marke war. Müsste man nochmal checken. Da ist die Batterie kaputt gegangen. Dann wollte der Hersteller 80.000 Euro für einen neuen Akku. Das war natürlich nicht zu bezahlen. Und deshalb ist das jetzt so, das Ganze ist eingestellt worden. Die Linie ist auch eingestellt worden. Die Leute müssen jetzt gucken, wie sie da hinkommen. Totaler Flop. Und das haben auch viele vorher gesagt. Und vor allem hier sagen sie wieder, dass die Technik noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist natürlich echt schlecht. Scheint also so zu sein, dass man da in diesem Bussektor, in diesem professionellen Sektor, wesentlich mehr Probleme hat als bei Personenkraftwagen. Also da würde ich sagen, nach meinem zweijährigen Praxistest jetzt funktioniert, auch Langstrecke funktioniert. Busse im Dauerbetrieb funktionieren scheinbar nicht. Das war jetzt ein kleinerer Bus. Das andere bei Flixbus war ja größere Busse. Ich hoffe, dass da Mercedes mit ihrem e-Zitaro da was Besseres auf die Beine stellen. Das Ding hat natürlich noch keinen Langzeittest bestanden. Sonsten, Solarausbau schafft Jobs. Ja, 50.000 neue Stellen im Bereich Photovoltaik. Endlich mal was Positives hier. Ja, ansonsten, was ist auch eigentlich im Trend? Putzroboter. Hier solche Dinger da. Das ist von der Deutsche Bahn. Also da erwartet man, dass man jetzt hier eine Wahnsinnssteigerung hat. Autonome Putzroboter. Wir reden von autonomem Fahren. Es gibt ganz andere Bereiche, wo man auch autonom unterwegs sein muss. Wir kennen ja nur die Dinger, die bei uns zu Hause vielleicht so versuchen, den Teppich zu saugen oder zu wischen. Automatischer Wischmob. Aber das hier, so in Industrieanlagen, das ist natürlich auch eine Idee. Also das geht sogar, während die Leute da rumlaufen. Ich war ja neulich bei Porsche in der Werk und da hat es auch autonome Roboter, die da so rumfahren. Das war ein bisschen abgesperrt so und die fahren auch relativ schnell in Anführungszeichen. Also wenn da Leute sind, müssen die schon aufpassen. Aber diese Putzmaschinen sind ja meistens langsam. Die können natürlich noch nicht, das steht nämlich in dem Artikel drin, irgendwelche Mülleimer leeren, obwohl ich das nicht als ein Problem ansehe. Also das ist Ehrenmarkt als vielleicht bei Autos. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Meldungen, die habe ich noch am Schluss hier reingeklebt, weil die noch ganz kurzfristig kamen. Tesla war wohl auch erstaunt über den großen Zuspruch bei dem Cybertruck und haben deshalb hier nochmal ihre Auslieferungszahlen ein bisschen angepasst. Das hier oben ist irgendwie seltsam übersetzt. Also Single Motor Ende 2022, der Dual Motor schon Ende 2021. Also Ende 2021 wird das erste Auto rauskommen und eigentlich auch der ganz dicke, der Tree Motor 2021. Viele haben mich gefragt, warum ich gesagt habe, dass der Tree Motor nicht in Europa kommen wird. Das habe ich aber vom Tesla Verge. Weiß ich nicht, ob das zuverlässig ist. Der Dual Motor reicht uns vielleicht auch schon. Vielleicht gibt es auch alle drei Varianten auch in Europa. Kann ja auch sein. Also Ende 2021 Produktionsstart vom Cybertruck. Endgültige Preise sind noch offen, weil sicher ist wieder der Preis von dem günstigsten genannt. Ja, mal schauen, wie das dann aussieht. Obwohl war ja schon konfigurierbar, so halbwegs hat man es ja gesehen, was es dann kostet. Ansonsten hier nochmal, deshalb habe ich es eigentlich reingemacht, es ist angekündigt eine 2019 40.2 von der 10.0 Version Update, in dem es nochmal eine Verbesserung geben wird hier, wenn das Auto zu schnell an anderen vorbeifährt, so wie ich es jetzt verstanden habe, und dann wird sogar das Gaspedal außer Kraft gesetzt, dass man das also nicht überstimmen kann, was man ja normalerweise im Moment noch kann. Schauen, wie die Funktion sich dann auswirkt. Und es gibt auf jeden Fall einen schnelleren Spurwechsel. Das habe ich auch schon gesehen in einem Video, wo das jemand entweder schon drauf hatte oder die Beta. Dann ist nämlich so, dass jetzt dieser Mad Max Modus tatsächlich Mad Max ist, in dem man nämlich etwas forscher fährt und nicht bloß öfters, so wie es ja jetzt in der Anleitung steht. Also da haben sie auch die Anleitung geändert. Der ist jetzt wirklich etwas schneller, vor allem wenn er sieht, dass da keine Fahrzeuge um ihn rum sind. Das ist also cool. Und angeblich soll es dann noch Ampeln und Stoppschilder zumindest mal versuchen zu erkennen. Darauf warten wir hier schon lange. Wobei in den USA irgendwie ja die Geschwindigkeitsschilder auch erkannt werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum das jetzt in den USA geht und bei uns nicht. Also irgendwie wird jetzt wohl ab nächstes Jahr dann doch die Kamera aktiviert. Kann mir einer sagen, ob das Auto, also die Teslas in den USA mit AP2 oder ab AP2 eigentlich die Geschwindigkeitsschilder erkennen? Ich dachte, das wäre das Patent von Mobileye und das dürfen die nicht einsetzen. Oder gilt das nur für Europa? Hä? Und also in Europa wurde immer gesagt, das ist wegen diesem Patentstreit mit Mobileye ist die Schilderkennung abgeschaltet. Dann würden die auch keine Ampel und Stoppschilder erkennen, oder? Oder ist das ein anderes Patent? Na, wer weiß davon was? Sonsten warte ich jetzt mal ab, bis das bei uns hier kommt oder wer hat es schon drauf? Ich glaube noch nicht, ob das geht. Vermutlich wird das aber wieder in Europa nicht gehen. Schade. Ja, hier guckt mal. Jaguar kann auch Update. Tesla hat ja neulich wieder ein Update rausgebracht, wo die Performance erhöht wurde von den Autos und das kann der I-Pace von Jaguar jetzt auch. 8% mehr Reichweite. Also nicht mehr Leistung, aber mehr Reichweite. Wie auch immer sie das hingekriegt haben, vielleicht haben sie nur die Akkureserve etwas geschrumpft, aber die können auch Software Update. Ich hätte ja gern mal so einen I-Pace gefahren, habe es aber nicht hingekriegt. Schade. Sonst ist das Auto relativ teuer in der Miete und deshalb habe ich mich auch nicht mehr darum gekümmert. Also entweder kriege ich mal irgendwo einen so her von dem Autohaus. Also da richtig Geld für ausgeben für den I-Pace, nee, das reizt mich dann doch nicht. Schade, ich habe gedacht, das geht, aber ist wohl gerade sehr nachgefragt in der Miete. Von daher habe ich kein günstigeres Angebot gekriegt von meinem Vermieter, meines Vertrauens. Was macht eigentlich Pegasus? Pegasus steht hier am Supercharger in Kappel und neben ihm ist der Stall blockiert und zwar dauerhaft. Ja, irgendjemand ist wohl, der Stein lag wohl vorher hier, ist wohl gegen den Stein gefahren. Flupp hat den darüber gefloppt. Ja, mal gucken, dass er wieder zurückkommt. Ansonsten ist es so, dass Pegasus jetzt im Winter etwas Schwierigkeiten gekriegt hat. Der Kollege, der in Grad hat, Bernhard, glaube ich, hatte Schwierigkeiten, dass irgendwie eine seltsame Meldung kam, dass das Fahrwerk nicht mehr hochfuhr. Irgendwas ist da eingefroren. Hat da einer im Service Center etwa das Frostschutzmittel vergessen? Es war ja noch nicht so richtig kalt, so minus 5 Grad war es. Mal sehen, er fährt auf jeden Fall jetzt zum Service Center und guckt, dass man das beheben kann. Und wir machen kurz Werbung. Na, der Aktienkurs. Letzte Woche ging es ja ein bisschen bergab. Minus 5 hatten wir so. Das war auch so ein Trend von abwärts zu erkennen. Ja, und jetzt hat sich so ein bisschen auf 300, 302 eingependelt Euros die Woche. Aber es hat immer noch so ein Trend mal manchmal runter hier. Also ganz schöne Spikes nach unten, vor allem hier. Ich glaube, das war die Sache, da hatte Elon eine Verhandlung wegen dieser Tunnelgeschichte damals, wo die Jungs doch in den Stollen da verschüttet, sage ich schon von Wassermassen überflutet wurden und nicht mehr rauskamen. Und dann hatte er so ein Mini-U-Boot da gebaut und hat einer von den Leuten dort gesagt, das wäre alles nur Werbung und er sollte sich das U-Boot sonst wohin stecken. Und da hat er sich so provoziert, ja gefühlt, dass er den Kollegen da auch angegriffen hat und der will jetzt Schadensersatz. Und ich glaube, das war die Aktion hier. Und Elon musste dann zugeben oder der Richter hat geschätzt, dass er 20 Milliarden US-Dollar wert ist, weil Elon meinte, er wüsste nicht, wie viel Geld er hätte. In der Bargeld hätte er sowieso keins, ansonsten hätte er bloß Aktien, die ja ständig schwanken. Ja, und schon zack war das Ganze wieder weniger wert. Ja, wir scrollen mal raus. Sieht so aus jetzt hier auf den Monat gesehen. Leider das schöne Ruch hier. 325 ist verblasst. Ja, wäre schön gewesen. Haben an sich jetzt noch ein schönes Plus. Das haben wir schon noch, aber es hat sich wieder so ein Niveau gebildet hier. Ja, ansonsten hier mit meiner Markierung. Ich denke, der Cyberchark hat leider diesen Einbruch hier gebracht. Ja, der Gewinn und auch die Gigafactory war jetzt cool. Gut, jetzt zum Ende des Jahres denke ich, dass es ein gutes Quartal nochmal war für Tesla das letzte Quartal und insgesamt das Jahr eigentlich auch. Könnte dann noch zu einem Anstieg wieder führen. Wir sehen es auch hier im Gesamtverlauf haben wir noch nicht das Hoch von hier Anfang des Jahres erreicht. Also da ist noch Luft nach oben ein bisschen und deshalb scrolle ich auch mal ganz raus auf die drei Jahre. Da sieht man nämlich, dass wir durchaus mal bei ganz anderen Sachen waren. Ich glaube, hier haben viele ihr das meiste Geld gemacht mit Tesla und dann hier irgendwo verkauft und sich davon ihren Tesla finanziert. Das hätten wir hier auch machen können. Wer hat eigentlich hier investiert, da ganz unten und jetzt verkauft? Gibt es da Leute? Das ist nämlich faktisch dasselbe wie hier vorne. Es gab ja einige, ich glaube beim Tesla, Markus, der hat jemanden mal interviewt, der mit Tesla Aktien wirklich Geld verdienen kann. Ich warne immer davor. Also in Aktien solltet ihr nur Geld reinstecken, was auf das ihr auch verzichten könnt. Und nachhinein ist man immer schlauer. Aber wo wir da im Keller waren, da waren wir nicht schlau, weil ich hatte meine letzten Aktien auch irgendwo hier in so einem Bereich hier oben gekauft, um die 300 und dann war ich froh, dass das Ding mal hier wieder über 300 war und habe sie schnell wieder verkauft. Zock. Ich bin im Zweifel, ich habe das Gefühl, das ist ein Spike, der eher wieder runterläuft. Mal schauen. Man kann, man weiß bei Tesla nie. Ja, deshalb habe ich auch hier mal so ein bisschen Börsenspiel ja dieses Jahr mit euch gemacht. Letzte Woche waren wir noch richtig gut dabei. Diese Woche haben wir allerdings schon wieder einen Verlust. Guckt mal, was ist denn passiert? Es ist nämlich auch hier bei Nvidia ein bisschen rückläufig zum Ende des Jahres. Nicht viel. Ja, schon ein bisschen. Und der Volkswagen, der hat auch nachgegeben. Alle haben ein bisschen nachgegeben. Tesla hat sich eigentlich gehalten. Wirecard ist leider wieder eingesackt hier. Der ist echt schlecht. Minus 10 sogar gegangen und der BYD weiterhin Schlusslicht. Ja, obwohl ich jetzt sagen müsste, wenn man neu aufsetzen würden, würde ich ganz sicher nochmal BYD kaufen. Irgendwann müssen die kommen. Die sind so weit unten, das kann nicht mehr weiter runter gehen. Denkt man sich. Keine Ahnung. Es ist ein Spiel, Leute. Immer bedenken, es ist ein Spiel. Ich habe keine Ahnung von Aktien. Ich zeige das hier nur. Ne. Man kann sich total verzocken. Also insgesamt, wenn man jetzt verkaufen würde, hätten wir immerhin bei 100.000 Einsatz jetzt 15.000 Gewinn. Stimmt nicht ganz. Wir müssten noch Steuern zahlen davon. Sagen wir mal vielleicht 10.000 oder so. Nicht dark viel. Aber immerhin. Also so schlecht war es dann gar nicht so im Kringel. Also hier 15% jetzt hier gewinnen. Abzüglich sämtlicher Steuern vielleicht 10% gewinnen. Immer noch besser als auf jedem Sparbuch. Aber wahnsinnige Risiko hier. Ja. Fan-Seite. Vielen Dank für eure Spenden. Die letzten Spenden. Genau am Paypal ging noch mal was rein. Und hier im Patreon ist ein bisschen rückläufig. Patreon ist nicht mehr so der Gag. Müssen uns für nächstes Jahr mal was Besseres überlegen. Die wollen ja auch gebühren. Das finde ich auch nicht so gut. Obwohl das natürlich die einzige Geschichte ist, wo man regelmäßig was kriegt. Es gibt glaube ich jetzt auch was im YouTube. Ihr müsst mal gucken. Ich habe mal nicht ganz geblickt. Ich kann da glaube ich gar nichts einstellen. Das geht glaube ich generell. Man kann also bei den YouTube Kanälen also wenn man es abonniert hat jetzt auch irgendwie so eine Spende noch mit dranhängen. Müsst ihr mal auf eurer Seite gucken sozusagen. Ja. Ansonsten wie gesagt wäre es schön, wenn mal jemand meinen Referral hier nehmen würde vom Tesla. Es gibt tausend Sachen, was man wie man den Kanal unterstützen kann. Vielen Dank auf jeden Fall. Es kamen auch noch mal Unterstützungen von VW. Hier nehme ich von den Eröffnungsveranstaltungen am 4. November. Also in Zwickau haben die noch mal so ein Auto ja gebaut. Hier ist Metall. Das ist richtig schwer. Ja. Das ist der ID Launch. Könnt ihr es lesen? Ja. Pressesachen sind das hier. Das andere auch da. Das ist auch das. Das ist von der IAA. Das Auto. Das gibt es so nicht im freien Handel. Und das hat das Zeugs auch. Und da hinten seht ihr meine ganzen anderen Autos. Ich habe von jedem Auto, das ich mal gefahren habe, versucht mir ein Modell zu holen. Sofern es eins gibt. In einigen gibt es keine. Ja. Und dann kam die Woche noch was anderes. Das kann ich euch auch hier auch nochmal zeigen. Das habe ich hier neben mir legen. Das gibt es dann die nächsten Wochen als Test. Was ist ein DILD? Das ist die Jedderbox. Ja. Das steckt mal beim Model 3 vorne rein in die USB. Und dann ist hier ein eingebauter Hub drin. Und man hat dann hier draußen vier beziehungsweise das hier drin kann man nämlich noch aufmachen. Und dann kann man hier für die Dashcam eine größere Festplatte reinlegen. Anschließen. Das werde ich dann nächste Woche, wenn ich wieder ein Model 3 habe, auch mal ausprobieren. Hier das Teil hat echt ewig gedauert zum Herkommen. Ja. Von USA und war sauteuer wegen Zoll und so weiter. Das ist auch noch so eine ganz blöde Geschichte. Gut. Gucken wir mal, wie es denn so eigentlich hier mit den Zahlen aussieht von Tesla. Das war letzte Woche. Und seltsamerweise werden keine Fins gezogen. Und die Woche ging es ein bisschen weiter. Es lässt auch ein bisschen nach hier. Jetzt hören alle auf, was zu bestellen. Aber es läuft noch was. Denke deshalb auch, wenn man das jetzt hier anguckt. Im Vergleich ist es eigentlich ein recht gutes Quartal für Tesla gewesen. Das ist rein nur der Model 3 Markt, der Massenmarkt. Wie geht es an sich so weiter? Bei mir, meinem Projekt hier. Ich suche immer noch jemanden, der einen ID.3 bestellt hat und den in irgendein Leasing-Vermietungsmodell reinbringen will und deshalb mir das Auto irgendwann Mitte des Jahres anbieten kann. Ich habe schon, einer hat sich schon gemeldet. Aber es muss doch noch mehr geben, Leute. Der war sich aber auch nicht ganz sicher, ob es klappt. Ja. Gesichert ist auf jeden Fall der Dezember. Rest Dezember, Mitte Januar. Und vom Januar ist auch geregelt. Und eigentlich auch der ganze Februar prinzipiell geregelt. Da wird es Model 3s geben. Erstmal ein Model 3 Long Range Performance ohne Autopilot. Dann ein Model 3 Standard Range Plus mit Autopilot. Und dann danach vermutlich ein Model 3 Standard Range Plus ohne Autopilot. Ja. Da wo die Fragezeichen stehen, ist eigentlich schon gesichert. Müsste ich jetzt mal umändern. Müssen da noch die letzten Absprachen machen. Und dann ist das eigentlich gesichert. Trotzdem, wenn ihr ja irgendwie sagt, ich habe auch was Interessantes hier, was du unbedingt mal ausprobieren solltest oder eine Idee habt, meldet euch trotzdem. Kann man zwischendrin vielleicht immer mal kurz was reinschieben. Und irgendwie hier so ab Mitte des Jahres auf jeden Fall hätte ich gern irgendwie eine Vision für die VW-Geschichte da. Ja. Und wenn Model Y dann kommt, wäre natürlich auch cool. Und eigentlich kommen ja auch noch ein Ford, ne? Ein Mustang und was nicht alles. Und ist bloß die Frage und ein Poolstar. Keine Ahnung. Also noch nichts gehört, dass irgendjemand da was anbietet. Na, schauen wir mal. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt mir. Da unten ist der Kontakt. Vielen Dank für alle, die schon geschrieben haben, Ideen gesammelt, gezeigt haben und mir Kontakt aufgenommen haben in der Zusammenhang. Aktuell fahren tue ich ja ein Leaf. Neuer Leaf mit dem großen Akku, dem 62 Kilowattstunden. Ich habe ihn euch schon mal vorgestellt hier. Auch Koffertest und leider hat er noch eine Demo drin und so weiter. Und erste Fahrvideos kommen jetzt auch noch. Ich habe auf jeden Fall mal hier Laden bei uns, beziehungsweise habe auch mal Laden im Winter jetzt bei mir an der Steckdose ausprobiert. 60 Kilometer pro Tag und vor Klimatisierung. Es geht auf jeden Fall. Man da auch voll. Man braucht gar keine Wallbox in der Garage. Also wenn man nur 60 Kilometer am Tag fährt, so wie ich, vielleicht auch 100, da brauchen wir noch gar keine Wallbox. Da geht das auch noch mit normalen 230 Volt. Hat natürlich vermutlich mehr Verlust. Müsste ich jetzt nochmal richtig gegenchecken. Ich weiß nicht, die Vorklimatisierung hat wahrscheinlich jetzt ganz schön was gezogen. Ich bin irgendwie so bei 5 Euro, dass mich das jetzt pro Tag kostet. Das sind dann so um die 150 pro Monat und wären fast 2000 pro Jahr. Das ist natürlich ein bisschen arg viel. Das habe ich auf jeden Fall jetzt gespart sozusagen. 1800 Euro. Naja, sagen wir mal 1500 Euro habe ich schon gespart. Auf zwei Jahre sind 3000, vor dem Spiegel sind sechs. Ne, das kann man nicht rechnen. Also man spart schon was, wenn man nicht den Sprit kauft. Und wenn man nicht den Strom bezahlen muss, so wie ich jetzt. Ich suche ja immer freie Ladesäulen. Kann man schon noch ein bisschen was einsparen? Das sind keine gigantischen Summen, gebe ich zu. Mein Test war jetzt auch er. Kann man überhaupt am Schuko aufladen? Kann man. Ja, ich habe auch noch ein anderes Video rausgebracht von dem nächsten Auto, was ich fahren werde. Im nächsten Model 3. Mein Next Model 3. Mit dem Christian habe ich mich nämlich getroffen. Mit seinem Auto aus Konstanz, dem dem Knete-Auto hat mir jemand gesagt. Hier K-N-E-T-E. Warum er keine 42 hat? Weiß ich nicht. Eine 43. Ja. Jetzt noch eine 42 gehabt hätte. Okay. 42 plus 1. Er hat das Auto ja geholt und es hatte einige Mängel, dass es in den Body Shop musste. Das haben wir jetzt für euch nochmal dokumentiert. Hat auch wunderbar funktioniert. Und es ist genau der Fall, ich nehme es schon vorweg, das Auto war so gut beim Fahren, dass er sagt, ich gebe es nicht zurück. Und das ist eigentlich das Geheimnis von Tesla. Ja, viele können es nicht verstehen in den Kommentaren. Ich werde das Auto euch mal im Detail vorstellen. Ab nächster Woche bis Mitte Januar dann, also Mitte Dezember bis Mitte Januar habe ich dieses Auto und dann gibt es ja den Event auch in Konstanz. Wenn ihr diesen White Tesla auch buchen wollt, aus Konstanz und Umgebung, vorrangig oder wo auch immer, könnt ihr auf die Seite schon mal gehen. WhiteTesla.com und mit dem Promo-Code schräg bekommt ihr auch 20% Rabatt auf eure erste Buchung. Es gibt auch gerade sowieso einen generellen Rabatt von 10%, aber bei mir kriegt ihr noch doppelte. Sehr cool. Danke, Christian, mal. Und nächste Woche fahre ich hin und beziehungsweise wir treffen uns und die Rückgabe ist dann am Samstag, dem 11.1. geplant und damit auch ein kleines Fantreffen. Konstanz am Bodensee könnt ihr auch ein bisschen mitfahren und das Auto angucken und auch andere Autos, die vielleicht kommen. Das machen wir mal. Ich hoffe jetzt, wir haben demnächst, Christian, müssen unbedingt gucken, wo wir das jetzt stattfinden lassen. Und damit ihr auch mal ein bisschen hier Rückmeldung dann kriegt, muss ich beim nächsten Mal, glaube ich, mal einen Aufruf machen mit einem Eintrag, dass man ihr sagt, ja, ich würde kommen. Ja, so eine kleine Umfrage. Könnt ihr euch also jetzt nochmal überlegen. Ansonsten Anfang Januar beziehungsweise jetzt hier letzten Ende Februar-Sendungen werden wir das sicher nochmal konkreter ansprechen. Ich habe auch schon zwei Kollegen, die sich angeboten haben oder sogar drei, auch hinzufahren hier aus dem Stuttgarter Raum, weil ich ja irgendwie eine Rückfahrmöglichkeit brauche. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich auch vorher noch einen zweiten Tesla da haben. Vielleicht können wir mit zwei Teslas hinfahren. Das ist also noch da. Wer also da noch sagt, okay, ich komme hier auch aus deinem Eck da, Weilheim Tech kann sich gerne nochmal melden. Ansonsten werden wir das dann im Januar nochmal checken, wie wir da zusammen hin und her kommen und wer da mich mitnehmen kann. Vielen Dank auch für alle, die sich da gemeldet haben. Ansonsten habe ich leider wieder keine neuen Termine noch da. Guckt aber nochmal selber rein, falls ihr was habt oder tragt es nach. Und irgendwann Januar, Februar wird es sich ja noch irgendwie einen ordentlichen Termin geben. Jo, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. Oh, sorry. Aber diesmal war es ja auch wirklich wichtig mit Sono Motors und so weiter. Und deshalb habe ich hier nochmal für euch ein kurzes Abschlussvideo über einen schönen Test von dem NCAP. Nämlich, wie hält ein Tesla Model X eigentlich in Extremsituationen an? Also wenn ein Auto vor ihm steht. Ich habe ja auch immer diese Tests. Wie viel kmh darf ich fahren, dass es noch selber anhalten kann und auch mit Fußgängern oder Fahrradfahren. Schaut euch das mal an. Das ist ein ziemlich cooles Video. 50 kmh, no problem. 80 kmh, geht auch noch gut. Das Auto steht allerdings nicht. 60 kmh, geht sehr gut. Cool. 60 kmh, leicht laufend. Okay. Hier gibt es schon was. Aus dem Windschatten, also aus dem verdeckten Bereich, hat das nicht ganz geschafft bei 30, aber das hier kann er gut bei 60 kmh. Echt beeindruckend. Also das sind ja die Tests, die hätte ich gerne auch mal gemacht. Die mache ich bloß nicht, weil die echt gefährlich sind. Spurkorrektur nochmal auch getestet. Ja. Also daher kommen diese Sterne. Jo. Ansonsten erinnere ich euch nochmal hier an unsere gemeinsame Weihnachtsspendenaktion für Sahel Live. Ich denke, wir kriegen die 1000 Euro voll. Vielen Dank an euch, wenn ihr das da unterstützt und denkt auch an Sono Motors. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ja, das ist Schreck. Ja, das ist Schreck. Ja, das ist Schreck.